Hallo, ich bin der Wolfgang Pernkopf, ich bin Sales Director Digital bei der Goldbach und ich darf euch in dem letzten Teil wieder was zu Advanced TV erzählen. In dieser Ausgabe geht es um Addressable TV und da gehen wir jetzt gleich in die Präsentation auch rein. Zuvor aber noch kurze Definition auch wieder, was ist Advanced TV? Wir haben hier diese drei Produkte über Smart TV Ads haben wir beim ersten Mal schon gesprochen, dann kamen Connected TV Spots, also die CTV Spots und jetzt geht es um Addressable TV. Kurz die Definition noch mal, was Advanced TV ist. Advanced TV ist ganz einfach gesprochen, wenn ich meinen Fernseher mit dem Internet verbinde. Das heißt, ich habe neue Möglichkeiten über Apps, über andere Kanäle hier digitalen Content auch zu nutzen. Hier vielleicht noch mal kurz diese drei Produktgruppen, die wir haben bei der Goldbach. Bei Addressable TV befinden wir uns am Linearen TV und spielen die Werbung digital ein. Das ist glaube ich am einfachsten erklärt. Hier kann ich die Vorteile vom Linearen TV weiterhin nutzen und dann zusätzlich digital mittracken. Das heißt, ich kann Impressions mittracken, ich kann Klicks mittracken, was natürlich ein sehr großer Vorteil ist, um hier auch wirklich zu wissen, wirkt meine Werbung. Und das haben wir bei der Goldbach so umgesetzt, dass es einen Switch in XXL gibt. Das seht ihr auch hier an diesem Screenshot. Das ist auch eine L-Ad, hätte man früher auch dazu gesagt. Und hier habe ich die Möglichkeit, weil es ein Switch in ist, das heißt, ich schalte um. In dem Fall nehmen wir als Beispiel, ich schalte auf D-Max und innerhalb von ein paar Sekunden kommt dann diese Werbeform und ist dann für 10 Sekunden sichtbar. Das heißt, enorm aufmerksamkeitsstarkes Werbemittel, das wir hier auch haben. Es ist bei uns über I.O. und programmatisch buchbar. Programmatisch ist es zum Beispiel über die Active Agent buchbar. Und das spannende ist in dem Fall natürlich noch mal, ich bewege mich im Linear an TV, kann aber digitale Vorteile, in dem Fall das Targeting auch nutzen. Also hier geht es von den Audiences, also speziell soziodemografische Daten. Ich kann auf Geotargeting gehen. Ich kann TV-Umfelder nutzen. Ist das eher im männlichen Bereich, ist das eher für die weiblichen Zuschauerinnen spannender. Ich kann Spot-Retargeting machen, was natürlich auch eine sehr interessante Geschichte ist. Das heißt, im TV im Linear an hat es schon einen TV-Spot gegeben. Jetzt kann ich da zusätzlich auch digital eine Switch in XXL dazu buchen. Und technisch ist es natürlich auch möglich, dass ich auf Gerätemodelle targete oder auf Provider- oder TV-Signale. Unten seht ihr unsere Channels, die wir hier anbieten, also unsere TV-Sender, die man über Addressable TV dann buchen kann. Also von DEMAX, TLC, Comedy Central, Nickelodeon und Sport1. Ist, glaube ich, alles dabei, was das Herz begehrt. Es ist auch sehr, gerade sehr gut auch vom Targeting her, weil ich weiß, auf DEMAX, da finde ich tendenziell die Männer, auf TLC tendenziell die weiblichen Zuschauer. Und bei zum Beispiel Sport1, klar, ganzen Sportfans, Nickelodeon auch eher die Kids. Und bei Comedy Central, muss ich auch gerne nennen, die jung gebliebenen Erwachsenen. Also alles dabei, was ich brauche, sozusagen, um meine Kampagne erfolgreich zu machen. Auf dieser Slide seht ihr nochmal gezielt, was die Vorteile sind. Ich kann natürlich, wie es schon richtig heißt, die Medienaussteuerung sehr genau auch targeten. Ich habe dann auch noch Möglichkeiten mit Wetterdemografie, wie wir es auch schon in der vorigen Slide gesehen haben. Ich habe eine sehr hohe Aufmerksamkeit, weil es wird sozusagen eingeblendet, wenn ich gerade eingeschalten habe. Die Visibility ist wahnsinnig stark, weil ich sehe das natürlich im Vollbild. Es ist voll viewable. Das Engagement ist auch sehr, sehr hoch. Also ich kann hier wirklich auch schauen, dass ich weiterführende Informationen gebe, wie eine Microsite, wie auf eine App sozusagen direkt verlinke. Also hier habe ich die Möglichkeit über den Yellow oder den bekannten Red Button zu interagieren. Und als letztes noch natürlich die individuelle Performance auch, also die Effizienz, die das Werbemittel auch hat. Das heißt, ich habe die Möglichkeit, wie schon eingangs erwähnt, die Impressions, Sessions, Unique Devices selbst mitzumessen. Das ist natürlich ein klarer Vorteil, mit dem man bei diesem digitalen Werbemittel auch sozusagen benutzen kann. Das war's kurz und bündig zu addressable.tv und vielen herzlichen Dank.